Prost Neuer! Prost Neuer, Herr Mohr! Was kann ich denn heute für Sie tun? Was kostet der denn? Ja, wann haben Sie den denn geschrieben? Gestern Abend um 8, wieso? Ja, wegen der neuen Postgebührenreform. Wir haben das Briefpoto jetzt kundenfreundlicher und gerechter gemacht. Hören Sie doch auf mit dem Scheiß! Nein, 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 nein! Ich erkläre Ihnen das mal. Um 20 Uhr haben Sie den geschrieben. Schade. Wenn Sie den um 21 Uhr geschrieben hätten, dann wäre das noch im günstigen Beschwerdebrieftarif gewesen. Ich meine, es waren schon andere Leute da. Es war also Zildschweiger da und alles. Aber das war für die alles kein Problem. Ja, kommt eben Zildschweiger. Aber als Sie gehört haben, Dieter Krebs kommt, und das Eigenartige war, dass jeder zu mir kam und sagte, ich möchte aber da mitspielen bei dem. Was haben Sie denn da geschrieben? Zeigen Sie mir. Liebe Oma. Also Liebe ist Liebesbrieftarif, nicht? Und Oma ist eher Seniorentarif. Warum schreiben Sie denn nicht, ey Oma, dann gibt es noch den preiswerten Studententarif? Ja. Das Schönste waren die Proben bei der ganzen Sache, weil da haben alle mal gesehen, wie wild ist, wenn man mit einem, wirklich auch mit einem Erzkomedianten zusammenarbeitet, der nicht nur seinen Text kann, sondern auch noch die ganze Sache bei der Probe so macht, dass man am liebsten hingehen möchte und möchte sagen, sag mal, kannst du nicht jedes Mal dabei sein? Und was kostet jetzt der Brief? Ja? Ja. Nix. Nix? Nee, den nehme ich mit. Ich wohne doch direkt neben Ihrer Oma. Ich habe den Dieter kennengelernt, als wir Zoff machten, einen Kinofilm, unseren ersten Kinofilm in Essen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war ich 17, vielleicht auch 16,5. Also ich war relativ jung, Dieter dementsprechend. Und es war ein Film, da spielte Dieter nicht mal die Hauptrolle, sondern er fing gerade an, Fuß zu fassen. Wie ich den lang kenne, hat er sich bestimmt schon eine Krankenschwester unter den Nagel gerissen. Wir waren verliebt ineinander. Ich möchte sagen, sehr verliebt ineinander. Ich kann ja heute auch niemanden mehr treffen und glaube, seine Söhne sind groß genug, dass sie das verkraften. Frau Kregel war ja lange vor unserer Mutter sozusagen und natürlich hatte der Frauen vor unserer Mutter. Klar, der ist ein Kerl für die Weiber gewesen, oder? Entschuldigen Sie, sind Sie nicht Dr. Wotan, der berühmte Löwen- und Tigerbändiger? Das will ich meinen, junge Frau! Ich habe alle Ihre Bändigungen gesehen, gerade letzten Sonntag. Sie waren wunderbar. Ja, man tut, was man kann. Und man kann natürlich einiges. Ich habe heute Nacht meine Frau fünfmal hintereinander geliebt. Ja, aber wenn steif rau war, mein Sohn, nachher brauchst du ja nicht so beichte. Nee, ich weiß, aber irgendjemand muss dich das einfach erzählen. Er hat den Schlag bei Frauen, klar. Sagen Sie, Dr. Wittern, sind denn die Frauen nicht ganz wild nach Ihnen? Ach Gott, man hat sein Auskommen. Hin und wieder überwältigt schon eine. Toller Chef, der zieht sich immer gut an. Und so schnell. Er hat immer diese Portion Frechheit, die Frauen ja dann auch doch irgendwie reizt. Das Tier muss ich mir unterwerfen. Ich starre es an. Hart. Tyrannisch. Unbarmherzig. Sagen Sie, mögen Sie eigentlich Sex? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, dann fangen wir doch gleich an, dann haben wir es schnell hinter uns. Ist ja schade, dass wir uns erst gegen Ende des Urlaubs kennenlernen. Ja. Ich habe schon eine Menge darüber gehört, wie du im Bett bist. Das ist nichts Besonderes. Genau das habe ich auch gehört. Dieter war ein Wohlfühlmann. In aller Keuschheit. Ich hatte der Wicht. Ich schließe im Bett. Mit Siegen, Peter. Der Dieter hat fantastisch gerochen. Das ist ja, man, ist ja nur nicht so, dass man den Partner abschnüffelt. Aber wenn man ja doch sehr dicht nebeneinander steht, bekommt man schon die Wohlgerüche seiner teuren Parfums mit. Einmal Pomade und einmal Diener. Ja, habe ich die bestellt. Dio ist pervers. Das Arme muss Mann am Mann riechen. Aber auch die Mädels scharfe Schifferscheiße. Aber hier steht, Bruno Pazellacki, einmal Pomade und einmal Dio. Pomade ist in Ordnung. Dem Dio kannst du wieder mitnehmen. Er hatte natürlich, ich glaube, er hatte eine Wirkung auf Frauen. Aber er war jetzt kein Womanizer, glaube ich, oder auch kein Ladies Man oder so, sondern ich denke, dass er einfach ein ehrlicher Typ war. Und darauf stehen Frauen und Männer. Sie kommen woher? Ich komme aus Oberhausen, vom Theater Oberhausen. Das ist mein erstes Engagement. Und war vorher drei Jahre an der Volkwagenhochschule. Dieter erzählte diese wunderbare Geschichte, wo sie alle spielen mussten, dass sie unter dem Wasser stehen und die Dusche läuft und machten alle Atemübungen. Alle waren völlig weg von diesem Gefühl. Ja, okay, Herr Geiger, also das ist sehr gut. Nur bei Ihnen, Herr Geiger, da müssen Sie noch was dran tun. Da müssen Sie sich eher mehr anpassen. Also dieses Grinsen, das wollen wir mal ganz stark reduzieren und dafür mehr... Ja, ich verstehe schon, Herr Trüberg, aber meine Wurzeln sind eher ein Gründgrenz, ein Reinhardt, ein Kortner oder das Burgtheater. Und von daher könnte ich Ihnen einen durchbohren, einen eindringlichen Blick anbieten, der sich schlagartig in eine erleichterte Demut verwandelte. So ungefähr. Warum wird man Schauspieler? Frauen, Kohle, schnelle Autos, Hollywood. Und du, wie war es bei dir? Bei mir war... Ich weiß, ich war jung damals. Frauen, Kohle, Autos, Babelsberg, weißt du? Und wie war es in Babelsberg? Keine Ahnung, wie bei dir in Hollywood. War natürlich schick, schwarzen Rollkragenpulli und Jeans rumzulaufen, weil das durftest du eigentlich nur, wenn du auf der Volkswagenschule warst. Es war ein gesteigertes Lebensgefühl schon, aber so unbedingt jetzt der Wunsch, auf der Bühne zu stehen und um alles in der Welt zu spielen, war es nicht so eigentlich mehr, sich von den anderen abzuheben und doch ein bisschen mehr trendy zu sein als die anderen oder mehr hip, würde man heute sagen. Also wir probieren jetzt die Schlussszene im dritten Akt, ne? Zwei Sätze, abwechselnd er, abwechselnd sie, dann kommt der Kuss und dann kommt der Musiker. Ist der Musiker ready? Gleich fertig, zieht sich gerade das Kostüm an. Wieso? Wir probieren doch ohne Kostüm. Ja, aber die Kostüme, dann haben wir den Effekt checken. Na gut, aber wenn ich Kamm rufe, kommt der, ja? Okay. Die Mischung aus allen dreien, Frauen, schwarze Rollkragen, Ruhm, ich glaube, das war zumindest am Anfang sein Antrieb. Weite Hosen können stehen. Auf Naxos konnte ich es noch. Dieter liebte es, nun auch Frauen zu spielen und das machte er wunderbar. Mein Gott, Drillinge. So was hätte es doch in unserer Familie nie gegeben. Das ist auch ganz selten. Der Doktor hat gesagt, dass etwa eine Million Mal höchstens einmal vorkommt. Mein Gott, Kind, wann hast du denn dann bloß den ganzen Haushalt gemacht? Guten Tag, Frau Van der Quast. Ich habe gestern Ihren Mann getroffen, aber er hat mich nicht gesehen. Ja, das hat er mir erzählt. Dieter war ja so sehr eine Frau, das hat mich eher erschreckt, weil ich gedacht habe, das ist wirklich ungeheuer, mit welcher, ja, auch da wieder, mit welcher Genauigkeit. Stellen Sie sich vor, meine Tochter lebt jetzt in Mexiko. Ach nein, wie interessant. Was macht sie denn da? Es hat sich mit einem jungen Mexikaner verlobt. Und wann wollen die beiden heiraten? Meine Tochter meint, sie wollen noch warten, bis der P so besser steht. Mein Gott, bei so einem jungen Mann, kann man denn da nichts gegen machen? Irgendwie hat man gesagt, also meine Frauen seien die Besten. Das hat ihm halt gelegen. Also ich fand, das war weder tundenmäßig oder so, sondern er hat das wirklich gefühlt. Und zu Hause hat das jetzt keine Rolle gespielt mit den Frauenklamotten. Guten Tag, haben Sie das Buch Die Herrschaft der Frau über den Mann? Möglich, schauen Sie mal bei Science Fiction nach. Ja, und er hat so schöne Beine. Das war das Komische. Er ist in dieser Frauenfigur ganz aufgegangen. Das war ein Fach seins. Wenn du in die Garderobe kamst, weil er war ja offen für allen, also man konnte überall rein. Und Dieter da in diesem furchtbaren Hüftgürtel stand, dann stand da ein Mann mit strahlenden Augen. Und das fand er einfach toll. Oh Gott. Gucken Sie sich mal diesen jungen Mann neben dem Kellner an. Na, diese Figur, das ist ja grausam. Und dann diese Haare, ganz fettig und strähnig. Und diese dicke, rote Nase. Oh Gott, und schielen tut er auch noch. Und dann diese schwarzen Zähne. Also alles schwarze Zähne. Also ich kann gar nicht mehr hingucken. Entschuldigen Sie mal bitte, das ist mein Sohn. Also ich finde, es steht ihm. Vielleicht konnte Dieter das die Frauen deshalb so gut darstellen, weil er die Frauen noch so geliebt hat. Lilo. 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 Oh Gott. Das ist eine Frau, was? Wie siehst du denn schon wieder aus? Sind das alles deine Freunde hier? Jetzt gucken Sie sich mal an, wie mein Sohn aussieht. Steht im glitzernden Rampenlicht, wie ein hingeschissenes Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ich so vorsichtig formulieren darf. Ein Nervenbündel, ein Wrack. Der Mann ist doch völlig am Ende. Was ich Ihnen über meinen Sohn für Geschichten erzählen könnte. Klar, also wenn man jetzt eine Mutter fragt, welches Kind ist dir das Liebste, aber eigentlich ist es so von der Aufgabe her und auch von dem schmutzigen Zeug, was ihr erzählt, von dem Bösartigen, was ich ja doch ein bisschen liebe, ist es die Mutti. Mein Herr Sohn hat sich den Hintern liften lassen. Zweimal. Erst die eine Po-Backe, dann bekam er so einen eigenartigen Gang. So ist das Leben, nicht? Und Datter ist mein Sohn. Auf Dauer gewöhnt man sich an vieles. Sind wir froh, dass er gesund ist, nicht? Ich weiß, dass ja immer über die Mutti gesagt wird, dass das seine dominante Mutter sein sollte, obwohl seine Mutter überhaupt nicht dominant war. Aber ich habe die also als sehr liebevolle Frau in Erinnerung. Irgendeine Zeitung hat mal geschrieben, er sei eine Ullknudel. Er hat eine Ullknudel. Mutti ist eine ganz elegante Frau auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ein abgrundtiefes Ferkel. Männer, die Eiern vor sich hin, spucken und stottern, brauchen viel zu viel Sprit und die wichtigen Teile knicken ab oder werden faltig. Gerade Mutti war so die Schnittmenge aller seiner Wurzeln, Klischees, Vorurteile, hast du nicht gesehen. Und natürlich auch autobiografisch. Also ich glaube, er hat einfach mit dem Abstand der Mutter seine eigenen Wesenszüge so ein bisschen überzeichnet. Er hat sich liften lassen. Das Ganze hat ihm ein Vermögen gekostet. Und warum? Wegen seiner Tränensäcke. Er denkt, man sieht es nicht. Dabei ist es das Erste, was einen anspricht. Jedes Kind sieht es. Außerdem trinkt er zu viel, raucht zu viel und ist zu fett geworden. Obendrein versucht er jetzt auch noch komisch zu sein. Ein dicker, versoffener Komiker. Ist halt mein einziger Sohn, ne? Was soll ich machen? Irgendwann engagierte mich der WDR für ein Herz und eine Seele. Und ich sagte, Mensch, guckt euch doch noch mal den Dieter an. Geht doch mal, das ist ein ganz netter Junge. Mit dem habe ich da Zoff und das und das. Und so ist das entstanden. Das haben die gemacht. Und Dieter ist es geworden. Ich wollte nur Bescheid sagen. Unsere Mädels ziehen sich um. Damit ist das Vaterland auch nicht mehr zu retten. Pa, 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 die Mama gritt schon wieder, Herr Kind. Tidip, tidip. Muss das sein? Günst du mir nicht, dass ich ein bisschen fröhlich bin? Bisschen fröhlich? Und Trillers rum wie ein Funkenmariechen hast vom Karnevalsprinzen zum Bumsen aufgefordert. Ach, manchmal merkt man ja noch ganz schön an, dass du im Arbeiter- und Bauernstaat groß geworden bist. Ja, Gott sei Dank. Am Anfang seiner Zeit war das ja ein Leckerchen, wie man in Köln sagt. Das war ja ein Hingucker. Er war jetzt nicht, ich sag jetzt mal nicht wie George Clooney, das alles so gerichtet war. Aber gerade das machte den Reiz ja aus. Aber wenn man bedenkt, dass er nicht aus unserer Gegend stammt, muss man wohl zufrieden sein. Hauptsache er macht überhaupt mit und ist lustig. Das hat im weitesten Sinne ja auch schon was für mich selber mit Ausprobieren zu tun von Unterhaltung, also von Comedy. Sprich Timing und Pointen, solche Geschichten. Du hast doch gefälligst dafür zu sorgen, dass sie wenigstens die untersten Grenzen der Sittlichkeit nicht verletzt. Wenn überhaupt, dann könnte oben ein bisschen mehr sein. Aber das muss sie ja schließlich selbst wissen. Sie ist ja schließlich groß genug, größer als du allemal. Bei Herz und eine Seele kam wieder mal alles zusammen. Der Zeitpunkt war richtig gewählt. Die Besetzung war klasse, eine andere Besetzung hätte vielleicht nicht funktioniert. Man hat es ja hinterher gesehen, als Krebsausstieg, als Wiedemann-Ausstieg. Das lief alles ein bisschen anders und war nicht mehr, das war nicht mehr das, was es mal war. Mach aber wenigstens jetzt aus, wenn du wieder mit dem Schraubenzieher rangehst. Lass mich doch endlich mit deinen dilettantischen Ratschlägen zufrieden. Hab ich den Apparat repariert? Oder du? Ja, du. Aber ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Du, halt bloß die Schnauze! Hertha hat verloren, aber nur 3 zu 0. Du anarchistischer Drecksack! Was aber auch schön ist, dass viele Leute, auch die mit denen man zusammenarbeitet, auch damit groß geworden sind. Und auch so eine Zeit deren Kindheit miterlebt hat. Und dann kommen die mal mit strahlenden Augen und sagen, ich hab irgendwie ein Herz und eine Seele lief wieder gestern. Und ach, wie schön war das. Das ist auch mal ein sehr schönes, sehr schönes Gefühl. Ja, viel ist ja nicht mehr drin. Na? Klasse! Was denn das für ein Rezept? Möchtest du auch einen Becher Punsch? Hast mir doch gerade einen eingeschenkt. Die ersten Herz-und-eine-Seele-Geschichten, da hat er sich schauspielerisch noch nicht wirklich verausgabt. Da war ein schlachsiger, äh, junger Typ, der ein bisschen motzig, da, äh, mit von der Partie war. Aber da war noch nicht absehbar, was er mal später alles auf der Palette haben könnte. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so ein Säufer bist. Der ist, der ist gut, wa? Altes Familienrezept. Geheim. Pssst. Mein Großvater. Mein Großvater hat den Rum noch selbst gebrannt. Was ist denn da sonst noch drin? Ich mein, außherum. Ja, nisch, das ist ja das Geheimnis. Das war in erster Linie einfach auch ein ziemlich unverhoffter Popularitätsschub. Und das wohlige Gefühl von unheimlich vielen Leuten, erkannt zu werden und einfach bekannt zu sein und irgendwo ein Star zu sein. Und wenn man das so jung mitkriegt, äh, ist das eigentlich ein schönes Gefühl. Ich hab beim Omnibus die Haube eingedellt. Ich bin grad kein Mann der vielen Worte. Willst du oder willst du nicht? Gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir? Also wenn du solche Umstände machst, dann lassen wir es doch gleich. essen, viel kräftigen... Peter Krebs und Comedy in der Verbindung eist immer, äh, irgendwelche Figuren, irgendwelche Verkleidung, irgendwelche Masken und irgendwelche Typen. Puh, 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 puh! Ey, du alte Schabracke! Die Band ist frisch gestrichen! Grün! Sind Sie wahnsinnig, mit 80 durch die Innenstadt zu rasen? 80? Macht mich die Frisur denn so alt? Es gab ja so verschiedene Formen der Sketche. Das musste ja sehr schnell rumgeswitcht werden von einer ganz alten Frau oder Dieter, der Polizist, und ich dann irgendwie plötzlich die Nutte, die reinkommt, oder er dann wieder, der lüsternde Familienvater oder so. Ich hab dich ganz schön abgefummelt, weißt du? Sag mal, wie fandst du mich eigentlich als Kugelenträger? Ich durfte meine ganze Wäsche wechseln, kein weißes Fleckchen ist mehr übrig geblieben. Aber als Hausierer, da hast du mich nicht erkannt, hm? Wie du aber auch aussahst, dieser eklige Bart und diese Rundenzeln. Aber dieser Elan, in Zukunft werde ich dich Greifer nennen. Als Gasmann hab ich mich kaum noch zurückhalten können, als du dann plötzlich standst mit einem halboffenen Bademantel. Oh, ich musste mir schließlich mal den Spieß umdrehen. Vielleicht der Früchte, wie du das hab' ich dir überhaupt nicht erfüllt. Oh, es lässt mich ja schließlich auch nicht alles kalt. Nein, nein. Da ist ja auch kein Anfänger mehr. Aber das Allerschärfste war, als du mich als Briefträger verkleidet ins Schlafzimmer gezerrt hast. Was war der Briefträger? Bitte? Hätten Sie vielleicht für einen armen Menschen... Ja, was? Ob Sie vielleicht ein paar Mark für mich... Wie viel? Ja, ich weiß nicht. Ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen. Tja, was haben wir nicht alles für Rollen gespielt in SketchUp? Bettler, Fabrikanten, Hausmeister, Nutten, Jogger, Boxer... Fernsehjournalisten, äh, Fernsehredakteure. Also, die Fülle des Lebens. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich von Beruf? Konservenfabrikant. ZDF oder ARD? Entschuldigung, aber sind Sie nicht die Frau, die gestern Abend in der Rehobar nur in Slip und BH auf der Theke Samba getanzt hat? Mann, da müssen Sie aber früh gegangen sein. Diese Figuren hat Dieter ja sehr gerne gezeichnet. Also, wir haben immer gesagt, der Mann ohne Hals mit dem zu kleinen Hut und dem zu kurzen Trenchcoat. Applaus Die Krügers müssen wirklich sehr glücklich miteinander sein. Wie kommst du denn da, Darf? Ich sehe das doch jeden Morgen, wenn er zur Arbeit geht. Vor der Haustür nimmt er seine Frau zärtlich in die Arme und küsst sie. Warum machst du das eigentlich nicht? Wieso? Ich kenne die Frau doch gar nicht. Viele sagen ja, dass dieser englische Humor oder das SketchUp ja auch sozusagen diesen bösen, dunklen Humor nach Deutschland gebracht hat. Und da haben er und Beatrice Richter und Iris Bergen, glaube ich, sehr, sehr genau miteinander gearbeitet. Nicht! Liebling, geh ins Bad. Die Flecken kriege ich ja nie mehr wieder aus dem Teppich. Na, Adolf, komm. Ich hab was verloren. Was denn? Den Zweiten Weltkrieg. Was soll das denn? Gib mir sofort die Leiter her, ich brauch sie. Nein. Wirst du wohl? Nein. Ich zähne bis drei. Eins. Zwei. Drei. Na also, warum denn nicht gleich? Unser Dorf soll schöner werden. Hä? Wenn bei Capri die Flotte Lotte im Meer ertrinkt. Freddy, vielleicht hab ich ein Rad ab, aber ich hab schon wieder Waldi Zellmann gesehen. Hä? Da drinnen im Flur. Hallo, Dieter, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich davon halten soll. So gescheut kannst selbst du nicht mal sein. Du, der führt ein Doppelleben. Tagsüber im Büro spielt er den braven Beamten und in seiner Freizeit, da lässt er die Puppen tanzen. Weißt du was? Ich ruf jetzt in seinem Büro an und frag, ob er da ist. Soko war ja auch schon ein bisschen komisch, ne? Der Herrler, der lief ja auch schon so als kaputter Trinker durch die Gegend, machte sehr viel Unsinn. Und danach kamen dann so Sachen wie das Ketchup voll daneben und Dick und der Belgier oder so. Das sind aber vielleicht 30 Prozent von dem, was ich überhaupt in der Zeit gemacht hab. Also ich hab auch sehr viel ernste, in Anführungsstrichen, Sachen gemacht. Ich hatte nicht Angst um meinen Papa, ich hatte Angst vor meinem Papa bei Silas, weil er war so ein fieser Schwertschlucker mit so einem rot-weiß gestreiften Hemd. Ich konnte mir das nicht lange angucken, weil das war so ein fieser Typ. Ich hab da nur noch gedämpfte Erinnerungen, es war ein bisschen vor deiner Zeit. Und da hatte ich wirklich Angst vor ihm. Silas, wenn ich dich hab, schneide ich dir die Sehnen an den Füßen durch. Dann kannst du nicht mehr laufen, nur noch kriechen. Aber das zeigt auch wieder, wie gut er das gespielt hat, dass selbst so die eigenen Kinder da irgendwie Angst kriegen vor der Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, Herr Berger. Vielen Dank, Herr Wunsch. Und das zur Erinnerung an unser Geschwader. Dieter war nicht beim Bund, er war beim Katastrophenschutz und hat da sich für zehn Jahre bei den Johannitern und hat da Katastrophenschutz betrieben. Es gibt diese Serie von der Bundeswehr, wo er einen Starfighter-Piloten spielt. Dazu muss man wissen, dass Dieter ja selber Pilot war. Und natürlich, wenn man dann so einen Kampfjet-Piloten spielt, das für ihn, glaube ich, eine große Erfüllung war. Ich war dann bei der Bundeswehr und hab mir gedacht, der Alte würde sich im Grab umdrehen, wenn er mich hier mit Lametta auf der grünen Wiese sehen würde. Eins, zwei, drei, vier, der Rest ist für Sie. Leutnant Schulz, Spielschulden sind Ehrenschulden. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Jawohl, Herr Major. Schulz! Jeder Schauspieler, jeder Junge, jeder Mann freut sich, wenn er den fiesen Fiesling spielen kann. Und ich denke, dass er das hat viel zu selten eigentlich noch ausleben können. Hallo? Bleib dran! Mach mal auf, Legs, dann reiß ich dir den Arsch auf. Halt den Mund, jetzt rede ich! Einfach ein wenig zufrieden lassen. Ihr habt mich in die Klapsmühle gebracht, die Rechnung ist noch offen. Hallo? Hallo? Wenn man vorrangig Schauspieler werden möchte, dann möchte man natürlich auch die unterschiedlichsten Menschen spielen. Und auch die unterschiedlichsten Genres bedienen. Also sowohl die Komödie als die Tragödie. Eigentlich gehörst du auf den Müll. Und insofern möchte man dann doch in kein Schubfach. Wo hab ich denn bloß meinen Lieferschein? Lieferschein. Hilf lieber bei der Lieferung, dann kommt der Schein. Ein schöner Brocken, was, Mario? Für einen einzigen Löwen. So mehr Löwen scheinen sie hier nicht zu haben. Ich bin gleich wieder da. Wir werden so in Schubfächer reingeschoben, in die wir freiwillig gar nicht rein wollen. Das ist in Amerika ja ein bisschen anders. Ich denke, in Amerika wäre er vielleicht sowas wie Jerry Lewis geworden. Ihr müsst die Mumien da draußen im Saal erstmal so richtig einpeitschen. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, zugeschaltet sind alle Spülmaschinen der Eurovision. Das ist doch keine Spülshow hier. Nicht? Nein. Hier in dieser letzten Show des Jahres beginnt im MDR die Zukunft des Fernsehens. Doch zuvor, liebe Zuschauer, einen Blick in die traurige Gegenwart. Weißblechdosen mit Arsi. Das gibt keinem schöneren Tod als dem auf Schalke. Er hat ja das Ruhrgebiet geliebt und ich habe auch diese Sprache immer gemocht, in die er dann verfiel, wenn er so flockig redete. Da können Sie sich von der Backe putzen, Herr Direktor. Der im Tischtuch ist zerrissen. Mach jetzt mit Alfred an einem Orchester. Hast du vielleicht auch ein Lied gemacht? Nee. Das müsste was zu tun haben mit Heimat und Gefühl und schöner Landschaft. Ja, cool. Und... Kattis! Ja? Pass auf! Ruhrgebiet! Oh Ruhrgebiet! Jeder lebt dich, der dich sieht. Irgendwo finde ich gut die Direktheit. Was so rauskommt, so flatscht direkt davor. Ja? Um geht's? Da! Du mit deinem Kung-Fusius, du kannst mich doch gar nicht meinen. Oder kennst du den Castro-Brauxel-Kopfspalter-Kick? Nee, ne? Also... Schluss jetzt. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass Gewalt kein probates Mittel der Konfliktbewältigung ist? Aber wie meinst du das denn jetzt, Erich? Du bist ja ein richtig pazifistisch angehauchter Intellektueller, Erich. Was sagt er zu dir? Und das lässt du dir gefallen? Nicht umsonst hat er ja den Lieblingsspruch, der also garantiert einmal die Woche kann. Was sagte der liebe Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte? Essen ist fertig. Hallo Sibylle! Ich bin nicht. Wolfgang! Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass ein Schauspieler, der in so viele Rollen schlüpft und so viele Menschen darstellt, irgendwo einen Orientierungspunkt braucht, eine Basis braucht. Und das war für ihn das Ruhrgebiet. Nichts zu machen. Herr Berner, Sie müssen einfach länger reden. Der Klang Ihrer Stimme kann die Amnesie aufheben. Vielleicht. Ja, dann red ihn mal, ne? Ja, bitte. Abstoß! Der Ball kommt zu Füller. Füller durch die Beine von Matthäus. Stolpass auf Okodera. Okodera lässt Augenthaler aussteigen. Als Kind des Ruhrgebiets, wenn man sozusagen aus so einer Arbeitergeschichte kommt, ja, es waren einfach so Tugenden und so, ne? Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung, all so Sachen, die waren ihm schon sehr wichtig. Sag Sie mal, was machen Sie denn da? Sie haben doch gesagt, der Klang von meiner Stimme ist wichtig, nicht das, was ich sage. Ach, wir nehmen das jetzt einfach mal auf. Mal auf. So. Achtung. Drei, vier. Ruhrgebiet, oh Ruhrgebiet. Jeder liebt dich, der dich sieht. An jeder Ecke tausend Schlote. An den weißen Booten. Das Ruhrgebiet hat ihn auch so geliebt. Also ich erinnere mich an diese Szenen von seiner Beerdigung, wo mir eigentlich da erst, ich meine, wir waren echt noch jung, wo mir da erst klar wurde, was er dem Ruhrgebiet eigentlich bedeutet und umgekehrt genauso. Wo wirklich tausende Menschen todtraurig da standen, als wir aus dem Taxi ausgestiegen sind und nicht gesagt haben, oh komm hier, der Krebs ist tot, wir machen mal ein Foto, sondern die waren wirklich traurig. Und ich glaube, wir standen da drei Stunden und haben den Leuten die Hände geschüttelt und das hat mich sehr bewegt. Ratterbumm, Ratterbumm. Ratterbumm, Ratterbumm. Ratterbumm, Ratterbumm. So macht mein Hammer. In dem engen Flötsterkammer. Sich nicht drehen und nicht wenden. Und so graben wir mit den Händen. Lustig und mit viel Geschick. Jede Menge Kohle Stück für Stück. Geht's aber. Der Berchmann ist ein richtiger Mann. Der auch mal ein vertragen kann. Pilz und kurze ohne Ende. Dann spuckt er wieder fröhlich. Kumpel, Glück auf. In der Hände. Diese ganze Sendung, die waren von vornherein natürlich alle völlig blödsinnig, weil das einfach nur Kindergeburtstag war. Wir haben uns gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Da ist nicht so diese übliche Abfragerei. Wie geht's dir? Was machst du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Apropos, warst du in Urlaub? Ja, du bist so braun. Sag mal, was ist denn los? Ich drehe gerade meinen ersten Kinofilm. Die Geschichte eines Bergmanns, der unter Tage eingeschlossen ist und an dem sein Leben noch mal vorbeizieht. Naja. Und warum in Amsterdam gerade? Weil in Amsterdam mein Freund ist, der so einen ähnlichen Film schon mal gesehen hat. Und der berät mich dann. Ich bin mir heute noch ziemlich sicher, dass viele Leute, RTL Plus war damals ja nicht bundesweit zu empfangen, dass die Leute, die es gesehen haben, fassungslos vor dem Fernseher saßen und sich entweder sagten, mein Gott, ist das ein Blödsinn, oder sagten, das ist ja endlich mal was Lustiges, das gucken wir uns weiter an. Moment, wenn du in Amsterdam einen Film drehst von einem Bergmann unter... Ich meine, warum bist du denn dann so braun? Das ist ein Braunkohle-Bergwerk. Vielleicht kann man auch im Nachhinein sagen, dass alles nichts ohne dann doch über fünf Jahre ging und auch für den Sender ein wunderschöner Erfolg war. Dass das mit auch vielleicht das Verdienst eines Dieter Krebs war, der in der ersten Sendung dabei war und vielleicht bei den Leuten, die dazugeguckt haben, Lust auf mehr gemacht hat. Ich bin der Martin. Martin hat mir eh überfallen, weil der war ja nicht geplant. Ich bin der Martin, ne? Martin, ne? Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ich bin der Martin, ne? Also rein inhaltlich finde ich das total gut, wie dir das aus dem Mund rauskommt. Du machst das echt cool. Aber geht das doch auf Deutsch? Ich kenne nämlich keinen Französisch. Es gab damals einen Werbespot im Radio, der hieß Ich bin der Martin. Und dann saß ich mal irgendwann in einem Bus und dann spielten Kinder miteinander und schrien sich an Ich bin der Martin, ne, ich bin der Martin. Und da war die Idee geboren, vielleicht daraus einen Song zu machen. Auf jeden Fall war er musikalisch. Ich meine, der Martin stimmte. Da stimmten die Töne. Es war aber mehr gesprochen. Aber das reicht auch. Er war ja kein Sänger um Gottes Willen. Dieter hatte eigentlich eher Schiss, dass es richtig in die Hose geht und er die Häme der Kollegen ertragen muss. Also der Martin ist noch nicht meine Lieblingsfigur, da bin ich ganz ehrlich. Dieter hat aber eine ganz merkwürdige Sehnsucht dazu gehabt, nun sich auf der Bühne, ich habe das immer Ententrainer genannt, zu beweisen. Und letztlich, wenn ich jetzt an Martin denke, der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Als kleiner Junge schaute ich im Schein der Gaslaterne, dem Tanz der weißen Flocken zu, das hatte ich so gerne. Weihnachtszeit, du stille Zeit, der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr, ab Mitte August, freu ich mich, wenn ich an dich denke. Herrlich. Das war mit meinem Freund Ben Liese, das war die aktuelle Schaubude im NDR. Und der kleine Martins ganz einsame Weihnachten. Und kleinen Moritz als kleinen Martin, oje, oje. Die Resonanz war vom ersten Tag, also sensationell. Nur hat Dieter davon eigentlich nichts mitbekommen, weil er für sieben Wochen in Urlaub war. Ja, es war dieser berühmte Urlaub auf Gozo, das ist eine kleine Insel bei Malta, wo wir relativ regelmäßig hingefahren sind. Und das war die Zeit von Martin, als Martin gerade gestartet ist. Und dann kam, klingelte es irgendwie an der Tür oder es klopfte, wie auch immer. Und dann stand Reif Pisch im Zimmer. Ich wusste es, dass du hier auftauchst. Das war seine Reaktion. Und hatte dann natürlich auch einige Sachen mitgebracht. Die Charts-Positionen und ein T-Shirt, wo der Martin drauf war und so weiter. Er war schon stolz. Und sagte, du musst unbedingt kommen, Martin ist auf Platz eins der Charts. Und du sollst im Friedrichstadt-Palast diese Show machen. Wir mussten ihn suchen, finden, ihn aufklären und ihm erstmal sagen, was er für einen Erfolg hat. Dieter Krebs. Das hat ihn ja nachhaltig sehr beeindruckt. Er hat gesagt, das war mit einer seiner schönsten Momente durch diesen großen Saal, in den 2000 Leute passen, so durchzuschweben. Die haben ja da so eine Gondel. Da schwebte er von oben durch den ganzen Saal dann auf die Bühne. Ich bin der Martin. Martin, mein Love. Martin, mein Love. Du, das hast du schon mal gesagt. Martin, mein Love. Kenn ich gar nicht, mein Love. Ich kenn nur Olaf. Martin, mein Love. Das ist bei mir im Töpferkurs. Martin, mein Love. Nur der hat immer so tierisch stressige Beziehungskisten, weißt du, was ich meine? Du bist mein Treibsatz, bist mein Motor, bist mein Kraftpaket. Du bist aus dem Eisen für den Schlüssel, der mein Schloss aufdreht. Und als er dann unten ankam und realisierte, was da gerade passiert ist mit dieser etwas schrägen Figur, ist ihm, glaube ich, ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Da haben sich also sogar Soziologen mit beschäftigt. Was diese Sprache für Auswirkungen hat. Unglaublich, was so ein schlichtes Lied auslöst in dieser Republik. Ja, eigenartig. Ich hätte gerne die Nummer von Cap Kennedy. Ja, da wo die Raketen gestartet werden. Ja, die Vorwahl habe ich. Ja, ich notiere. 10, 9, 8, ja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja. Das Abhebemoment war schon, wo Martin da war, da ging es ein bisschen los und da musste man ihn schon ein bisschen runterziehen. Weil er konnte auch mal auf den Putzhaun ein bisschen so laut protzen, dass man sagt, du, mit mir so nicht. Dezenz ist jetzt angesagt. Da hat er dann auch drauf gehört. Meinen Sarg bestelle ich mir heute. Sag mal, möchtest du manchmal ein Mann sein? Nee, eigentlich nicht. Und du? Er war völlig unertel. Also, er hat nie darauf bestanden, die Pointe zu kriegen oder so. Nicht übel, nicht übel. Na, aber irgendwas fehlt dann noch. Liebes, wie heißt dieses französische Zeug, auf das du immer so scharf bist? Alain Delon. Und was üben Sie für einen Beruf aus? Wissen Sie was, Herr Wachtmeister? Machen Sie einfach einen Strich. Bei der Komik, da findet man ja die geizigsten Menschen. Ja, das ist meine Pointe. Ja, und dafür bin ich bereit sogar meine eigene Tochter die Treppe runterzukippen, wenn es sein muss. Und so war jemand, also Dieter war nie so. So, jetzt proben wir mal für den Ernstfall. Ich stehe hier neben Fred, sein Klavier ganz weit weg von dem Killer. Hier sitzt der Erich mit seinem Durchblick und da sitzt der Wilhelm mit seinem Cello. So, Didi, du hast die wichtigste Aufgabe. Welche? Du musst den Killer die Kanone auf der Hand schlagen. Ja, also wir müssen dafür sorgen, dass der Killer hier sitzt, innerhalb deiner Reichweite. Okay, gut, spielen wir das durch. He he he, endlich wird einem was geboten in dieser Bude. Hier! Dieter war der absolute Kollege, das ist klar, dass er dann jemanden unter seine Fittiche nimmt und ihm ein bisschen hilft oder was auch immer. Sie werden in der ganzen Branche niemanden finden, ob Maskenbildner, Fahrer oder sonst etwas, der über Dieter ein böses Wort sagt. Er war überall beliebt, weil er eine herzliche Art hatte und jeden respektiert hat, egal an welcher Stelle er mitgearbeitet hat. So was braucht man eben von Zeit zu Zeit, damit man weiß, was man ans Leben hat, ne? Ja. Mein lieber Bruno, wir freuen uns, wenn aus Capri der alte Käse im Kühlschrank stinkt. Im Capri konnte ich's noch. Dankeschön, Frau Lisbeth. So, nehmen Sie mal wieder Platz da. So, und wie hätten Sie's gerne? Also ich hätt gern von hier bis zum Ohr schnurgeraden Schnitt und dann hätt ich gern hin am Ohr drei Zacke. Und im Nacken hätt ich gerne halbkreisförmige Aussparungen und bis zum Ohr noch drei. Und vorm Ohr hätt ich gerne zwei nach vorne gebogene Kotelette. Ah ja, und hier hätt ich gerne fünf Mark Stück groß Loch. Aber wir sollten das schneiden. Genauso wie beim letzte Mal. Die Figuren gab es. Ich weiß, wie oft ich, wenn ich auch mit Dieter irgendwo saß, und wie ganz plötzlich, der kriegte dann so einen leicht stieren Blick und dann guckte man da rüber und ich wusste genau, was er meinte. Das ist die nächste Figur, die er spielen will. Ja, in der Platz kenne ich mich aus. Ja, bitte. Mein Danke. Ah, Tag Frau Hinrichsen. Guten Tag, hast du den Rat? Das ist doch richtig nett, dass Sie in meine Sprechstunde kommen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Ich hoffe ja, dass unser Jens nichts Schlimmes angestellt hat, ne? Ne, ne, und das wär ja auch ganz normal für sein Alter. Ehrlich gesagt, ich mach mir so ein bisschen Sorgen um den Jungen. Er wird ja nur in Mai 16 und trägt immer noch Strumpfusen. Und neulichen Sportunterricht, da musste ich feststellen, dass er sogar Mieder und Strapse trägt. Dieser lause Bengel. Das hab ich mir aber schon lange gedacht, dass er heimlich die Sachen von seinem Vater aufträgt. Hahahaha Bon Appetit. Kowalski. Sketchup, natürlich. Ja, habe ich auch verfolgt damals. Habe ich jetzt vor kurzem vorgeschlagen, dass man sowas an sich wieder machen könnte und dann habe ich es wieder zurückgezogen. Weil ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ohne Dieter geht das nicht. Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Ich suche eine Frau. Einspaltig oder zweispaltig? Gibt es das? Wenn der Greise Dieter wieder sprüht. Herr Krupps mit den aufgesetzten Zähnen und mit dieser Brille, mit diesem albernen Bebieterhut. Liebe ist ja schön und gut, aber man muss sie ja kriegen. Ich habe die Figur Krupps nur einmal erlebt, als Dieter eben in just dieser Maskerade bei mir im Studio war. Und schon sitzt er mir gegenüber in praller Naturschönheit, Herr Peter Alexander Krupps. Herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Nikolai. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine besondere Einstellung zu dieser Krupps-Figur bekommen hätte, weil ich ja immer den Dieter dahinter gesucht habe und den alten Dietern eigentlich nicht fand. Ich mag außergewöhnliche Dinge, wenn Sie wissen, was ich meine. Im Krupps steckt schon eine Menge, Dieter. Ich habe eine Zeit lang Extremsport getrieben in Form von Bowling. Bin dann allerdings in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen was zugenommen, nicht mehr aus der Kugel rausgekommen. Dieter war immer auf der Suche nach einem Charakter. Und er hatte ja keine Angst, sich hässlich zu machen, wie wir wissen oder alles. Aber er suchte einen Charakter und er wusste haargenau, wenn ich eine Figur finde oder Figur habe, dann ist das auch wieder ein Kapital. Irgendwie ist der ja ein bisschen komisch, aber der hat was. Herz. Er ist ein ganz besonderer Typ und ja auch ein sehr tiefsinniger Typ. Es gibt so Zitate von ihm, die er auch selber geschrieben hat. Die haben ja total viel Tiefe. Also ich will mal so sagen, Erfolglosigkeit an sich ist ja kein Makel. Aber sie versaut einem das ganze Leben. Denn Sie wissen, was ich meine. Wir haben das Erlaubte Stimmen. Wir waren als Baby schon scheiße. Ja, wir waren als Baby schon, was du gesagt hast, Schlamm in mir. Ja, das haben Sie. Keiner weiß, wie ich richtig heiße. Ich finde einfach nichts satt. Das ist richtig. Bei uns hat nie was geklappt. Schade, schade. Er war einfach froh, wenn die Leute in ihm nicht nur einen Komödianten gesehen haben, sondern einen ernsthaften Schauspieler. Und natürlich auch, wenn er die Möglichkeit hatte, sich darin zu beweisen. Wir haben mal einen Polizeiruf gemacht. Der hieß Roter Kaviar. Da spielte er einen Russen, einen russischen Agenten. Du immer Sorge, wenn Flasche halb leer. Ich immer froh, wenn Flasche halb voll. Und als ich diesen Besetzungsvorschlag machte, dann kam von der WDR-Redakteurin der Schreckensruf, das ist aber doch ein Komiker. Ich sage, nein, das ist ein Charakterdarsteller. Und Dieter hat diese Rolle wunderbar gespielt. Eine seiner schönsten Charakterrollen für mich. Haben wir Frauen zum Lieben, haben wir Wodka, haben wir Freund. Ich spielte eine Besitzerin eines Lebensmittelgroßhandels, Marietta Holdebrink, glaube ich, hieß ich. Und wir hatten eine Bettszene zusammen. Wenn zwei Schauspieler ein Draht miteinander haben, dann können die auch gut zusammen spielen. Und wenn sich da für die Zuschauer sehr viel Wärme und Liebe überträgt, ist das ja wunderbar. Ich verstehe in deinen Augen, Marietta. Ja, du verstehst mich. Da erinnere ich mich auch, dass er wirklich mit leuchtenden Augen nach Hause kam, weil er Panzer fahren durfte. Da, Schwester Oberin. Jetzt bist du Anzug. Sprengt man den Rasen in Tirol. Ich weiß nicht, was heute los ist, Marietta. Irgendwie habe ich die Kiste nicht richtig in den Griff. Höhe! Höhe! Ja, du, mit schwer zu saugen. Außentemperatur. Irgendwie zu warten. Schlimm war das ja noch nie. Soll ich dir was sagen, Manfred? Mach dich auf eine saftige Achterbahnfahrt gefasst. Du meinst, bitte? Käpt'n, die Leute werden langsam unruhig. Das ist mir doch scheißegal. Wann die nächste Führung anfängt, bist du immer noch ich. Da, 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 da. Ja, ist ja gut, Willem. Ich weiß, dass du als Mozart gehst. Beethoven. Da, 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 da. Da meine ich ja. Er verbarg ja hinter dieser scheinbaren Tumpheit. Er war ja auch so süß. Ich habe ja lebenslänglich, wie lange weiß ich nicht. Da verbarg sich ja seine Bauernschleue. Das haben wir dann. Der konnte sich ja unheimlich doof stellen. Wer ist da? Eddie. Eddie, wer? Eddie, ehrlich. Mensch, Eddie, das ist eine Überraschung. Komm rein. Versteh's mal, kann ich vorsichtig genug sein. Du hast dir Arbeitskraft für Transportunternehmen gesucht. Das ist ja nichts für mich. Ich bin ja kein Bodybuilder. Das Hotel zur Sonne sucht in der Kölner. Noch so was. Bin ich ein Sklave? Ach, hör dir das an. Die Polizei suchte nur ca. 40 Jahre alten Mann, der nachts im Stadtpark Frauen belästigt. Das war ja auch schon nicht schlafen. Die kleinen Etüden, wenn man so will, die er gemacht hat, die waren doch ganz, ganz ernsthaft gespielt. Mit einem großen Sinn für Timing und großen Sinn für die Pointe. Guten Abend, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Christ und Umwelt. Herr Pfarrer Söckinger, ich möchte gleich zu Beginn eines der wohl heikelsten Themen ansprechen. Wir werden immer wieder von besorgten Bürgern auf die immense Wichtigkeit des Zölibats angesprochen. Was sagen Sie als Mann der Kirche dazu? Finden Sie, dass Pfarrer heiraten sollten? Nun, wenn Sie sich lieben. Kommt, Mann! Du musst mir mal einen Gefallen tun. Ich gebe dir morgen in meiner Kellerbar so eine kleine Party für die Jungs vom Verein. Und ich möchte, dass du währenddessen hier einbrichst und ein bisschen was durcheinander machst. Also, Hoftor aufbrechen, Tür aufhebeln, das Rolltor von der Halle hochfahren und so weiter. Ja, aber warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Wir hatten die erste Szene von Bang Boom Bang. Und das war gleich die Szene, wo er mit Martin Semmelrogge so gegenüber sitzt. Dann gibt es so eine Geschichte, ein unglaublich langes Gespräch zwischen den beiden, was sie auch irgendwie in einem durchgespielt haben. Und bei Dieter Krebs war es dann auch so, da musste die Kamera hier vorne stehen und eigentlich war er ursprünglich hier ein Schreibtisch. Und er sagte, er nimmt mir den Schreibtisch ganz weg. Ich spiele das einfach so. Wenn ich nach vorne komme und mich wieder zurücklehne, brauche ich alles nicht. Und das war alles so wahnsinnig exakt. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich erfahren, was einen guten Schauspieler ausmacht. Wir wollen die Versicherung bescheißen. So können wir zweimal kassieren. Einmal das Geld von den Tschuchen und dann noch das von der Versicherung. Ja, Chef. Du weißt, ich habe schon mal gesessen. Äh, Schlucke, was soll denn da passieren? Nee, nee, komm, Marc, nicht so. Wenn Schlucke damit ein Problem hat, dann müssen wir darüber reden. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Nicht nur, weil Papa da mitspielt, weil ich finde, die Story ist super. Ich finde, also Peter Thurward hat da einen echt coolen Job gemacht. Und die ganze Crew, also ich finde, das ist so ein Ruhrpott-Klassiker. Also ich gucke, ich habe den Film sogar vor zwei Wochen, glaube ich, das letzte Mal mit einer Freundin noch mal reingezogen, weil sie den noch nicht kannte. Und ich gucke den immer wieder gerne, weil ich finde, das ist ein absolut super Film. Mann, ey, manchmal glaube ich wirklich nicht, dass du mein Sohn bist. Mal wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgeuhrt hat. Er hatte das gesehen auf der Leinwand und anschließend kam er und zog mich so ran und drückte mich so an die Schulter und sagte, sich so mal so ein sympathisches Arschloch zu sehen, wie er das spielt, das wäre für ihn das allergrößte gewesen. Und ich möchte an dieser Stelle auch den Kollegen von der Opposition ein Wort mit auf den Weg geben. Sie möchten den Paragrafen 428 ändern. Schön und gut, ja. Und wollen dabei sogar bis zum Bundesschlachthof gehen. Schön und gut. Nur müssen Sie hinterher den Wählern erzählen, die ihre Stimmen an Sie verschleudert haben, warum Sie das erst so spät getan haben. Und dann werden wir ja sehen, ob Sie die Frechheit haben, so zu lügen, wie wir das schon lange können. Dieter hat ja aus all dem, was er gemacht hat, ob das am Anfang Ekel Alfred war, auch da muss man ja wissen, da ist er ja in eine Richtung gegangen, es war ja auch eine politische Richtung. Dieter war ein unheimlich politischer Mensch in der Auswahl dessen, was er gemacht hat. Sollen Sie sich auch mal so richtig satt essen. Und man bedenkt, wie das ist, wenn man jeden Morgen aufwacht, weil der Magen knurrt. Wie würdest du etwa behaupten, dass es in der DDR nicht genug zu essen gibt? Natürlich wird er gehungert. Wenn du dich mal ein bisschen mehr um die Wirklichkeit kümmern würdest, dann wüsstest du, dass die da drüben große Sorgen haben, weil die meisten Menschen zu dick sind. Ja, Hungerödöme wie in Afrika. Heute kriege ich die ganze Politik jetzt richtig mit. Und heute hat es ja schon wieder einen besonderen Reiz. Jetzt ist die Mauer geöffnet. Ich finde immer, wenn ich dann Besuch aus der Ostzone sehe, finde ich das sehr speziell und finde das herrlich. Alfred steht sogar auf, wenn die Hymne gespielt wird. Auch wenn er ganz allein im Zimmer ist. Ist was dabei? Bei ihm fällt das ja auch nicht so auf, ob der nur steht oder sitzt. Ein Herz und eine Seele ist einfach Zeitgeschichte. Das ist deutsche Fernsehgeschichte und unerreicht. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles. Ah, kenne ich doch. Jedenfalls die Melodie, die habe ich noch nicht beim Fußball gehört. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Doch, ehrlich, ich finde das eine unheimlich dufte Nummer. Ich wusste auch gar nicht, dass der Text so modern ist. So modern? Ja, dass der gleich für die Bundesrepublik und die DDR mit ist. Das Deutschlandlied? Ja, also den ich gerade eben zweimal Deutschland gesungen. Deutschland, Deutschland. Willst du mich verscheißen? Du hast immer von dem politischen Druck gesprochen, der in Fernsehanstalten ausgeübt wird. Du hast beim WDR bei Ein Herz und eine Seele aufgehört, weil du gesagt hast, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ich habe nie irgendwas aufgehört. Ich habe keinen neuen Vertrag unterschrieben, weil damals ein Mitarbeiter des WDR, ein Leitner, kam und sagte, wir müssen den Druck aus der Sendung nehmen, den politischen, alles was unterhalb der Gürtellinie ist, die Sendung nimmt der SPD die Wähler weg. Dann habe ich gesagt, na prima, dann macht eure Sendung mal alleine. Weil, das wollte ich auch nicht, die SPD die Wähler wegnehmen, aber die lebte ja nun von der Frechheit. So, und nachdem das nun auf der Kippe gesagt hat, danke, muss ich nicht, dann mache ich was anderes. Irgendwas wird sich schon finden. Die Vergangenheit ist vorbei. Aber wer immer noch in den Denkmustern von damals verharrt, der wird hier weder das linke noch das rechte Bein auf den Boden der Tatsachen bekommen. Im Gegenteil, nur über meine Leiche. Ich war selber dabei, als wir mit diesen unseren Händen dafür gekämpft haben, was wir heute davon haben. Und das lasse ich mir von keinem, von niemand madig machen, sei er noch so dahergelaufen. Nein, im Moment keine Zwischenfragen. Mit diesem Zwischenruf habe ich gerechnet und er kann ja auch nur wie immer aus dieser Ecke kommen. Mein Vater war am Schauspielhaus in Bochum. Zu seiner Zeit spielte Herbert Grönemeyer auch in Bochum am Schauspielhaus. Und da entstand eben dieser legendäre Song von Herrn Krupps, Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu braun, ne Currywurst. Eigentlich kennen ihn ja die meisten Leute als einen Song von Herbert Grönemeyer. Den Text wiederum hat aber Dieter geschrieben. Und da gibt es, glaube ich, die Story, dass an einem dieser Abende in der Kantine bei viel Rotwein oder Bier dieser Song den Besitzer gewechselt hat. Ich weiß nicht genau, ob es der Gegenwert war. Entweder auch ein Song oder ein Opel Kadett. Ich erinnere mich nicht mehr richtig, aber ich weiß, dass Grönemeyer, Herbie und Dieter sozusagen diesen Song getauscht haben. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt, ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was schönere gibt es nicht, als wie Currywurst. Mit Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zwei. Zweimal Currywurst, bitte. Bin ich richtig down, brauch ich was zu kauen, ne Currywurst. Götzi, kommst du mit? Klar. Ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauch was im Bauch für mein Schwager. Ja, auch noch ne Currywurst. Willi, wann ist dat schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Sag jetzt, was de Würst, trinkst du auch n Pfirscht und Currywurst. Currywurst. Götzi, jetzt guck dir mal an, die roten Flecken, die kriegst du doch nie wieder raus. Aus'm Hemd, aus der Jacke. Mann, wann ist dat ne Karnesvollen Currywurst. Wie, wann ist dat denn? Ja, was dacht du denn? Ja, sowas findest du komisch, ne? Ja, aber wie dir neulich beim Chinesen, der Tofu vom Stäbchen, des Frau Minister, durfte keiner wat sagen, ne? Weil ich hab gedacht, du wärst ein Typ nach meinem Geschmack, da wird der mir übel, Götz, übel wird einem da, übel, wirklich, das kann ich schon sagen. Applaus Peter Krebs Ich hab nach Schnapsgenuss die Triebe eingestellt Im blauen Engel, da konnte ich's noch. Dieter hat immer zu den Leuten gehört, die dann irgendwie auf der Autobahn fahren und auf einmal ganz erschreckt sind, dass sie sich selber überholen und denken, oh Gott, was ist das denn? Aber das, du, dir zeig ich's und sich wieder überholt. Ja, also ich seh nicht den Dieter auf'm Rastplatz. Hallo! Hier zieht's vielleicht. Was darf's denn sein? Äh, was? Was haben Sie denn da? Ja, ich hab früher nichts, äh, nichts anbrennen lassen und bin in jedem Bermuda-Dreieck, das es gab, flächenmäßig gesehen jetzt, bin ich versackt, weil das einfach jeden Abend so sein musste. Weil ich denke, ich hab meine, meine Erfolge, die ich ja nur gehabt hab, die hab ich jeden Tag gefeiert. Zerrerwetter! Ein oder selb... Dieter war auf jeden Fall ein Bauchmensch. Also, ähm, der Kopf war, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal ausgeschaltet. Das ist aber erstaunlich. 60 Kilo abgenommen. Nein, ich habe ja meine Kilos nicht vom Essen, ich habe die ja wirklich vom Sambuca. Was jeder hat, der so intensiv arbeitet, ist das Gefühl von einer ungeheuren Einsamkeit danach. Oh Mann, ist das langweilig. Jeden Tag dieselbe Leier. Nie erlebt man mal was Aufregendes. Das Leben ist so eintönig. Oh Mann. Ja, da haben Sie recht. Was darf es denn sein? Das Übliche. Dieter ist für mich jemand, der hat an beiden Enden gebrannt. Würde es Sie stören, wenn ich rauche? Ich würde es noch nicht mehr stören, wenn Sie brennen. Ich war da halt immer erstaunt, weil der mit so wenig Schlaf rumkam, weil der war wirklich am nächsten Tag, sah vielleicht ein bisschen verknittert aus, aber er war wieder einsatzfähig. Früher war das so, da habe ich mich dreimal geschüttelt und dann habe ich eine Stunde geschlafen oder eine halbe, habe dann wieder am Set gestanden und der gnädige Regisseur hat dann gesagt, geh nach Hause, dich kann man ja nicht fotografieren. Aber ich habe da gestanden, also so ist es nicht. Gott, sind Sie hässlich. Das ist so was von hässlich. Gott, das ist ja ekelhaft, wie betrunken Sie sind. Sie sind ja völlig besoffen, total besoffen. Sie sind ja wahnsinnig besoffen. Aber ich bin mal früh wieder nüchtern. Ich weiß, dass er für King of Evergreen geübt hat zu Hause. Also es gab, diese Singgeschichte war ihm schon relativ wichtig und da erinnere ich mich, dass er das eine oder andere Lied getrillert hat und sich gefragt hat, ob das wohl alles so hinhaut. So, jetzt wollen wir den Laden mal richtig aufmischen. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Oldies are goldies. Here we go! Wenn man Schauspieler ist, da muss man schon eine gewisse Musikalität haben, sonst muss man den Beruf gar nicht machen. Mit dem Städt hast du mich erschreckt. Der Mix fertig? Welcher Mix? Ach so, ja, natürlich, der Mix. Helmut, du hattest mir die fest zugesagt. Ja, eine Nummer habe ich geschafft. Die anderen gibt es nächste Woche, aber eine Nummer habe ich geschafft. Wo ist sie denn, Mensch? Wo ist sie denn? Mein Gott, Helmut, ein Genie wie du, versauert hier in so einem Rattenloch. Schreib mir nicht. King of Evergreen war eine Rolle, die ihm persönlich sehr, sehr wichtig war. Zeigte so ein bisschen diesen gescheiterten Sänger sozusagen, diese gescheiterte Existenz. Riecht was an? Kann schon sein. Ich habe da was Leuten hören. Ja. Muss aber unter uns bleiben. Du kennst mich doch. Lemmy plant die große Deutschland-Tournee. Rheinland, Hessen, Eifel, Schwarzwald, Rollen. Rheinland? Das sage ich doch. Wer ist dabei? Ach, alles null. Wer ist der einzige Profi? Die Japaner wollen einen Mitschnitt machen. Hört sich gut an. Ich habe dem Negerkuss die Hülle abgepellt. Und nun wieder unsere Serie Familie Ballerstaller. Heute Folge 484. Da gab es eine Familie, die hieß die Familie Ballerstaller. Und die kamen immer in kleinen Ausschnitten. Das war eine völlige Panne-Familie. Also die Rhein-Hirnis. Das war Horror-Familie. Hast du eigentlich schon unseren neuen Rosenstrauch gesehen? Nee, wie sieht der denn aus? Nur schau doch selbst, der steht vor dem Fenster. Wunderlich, das hast du sehr schön gemacht. Möchtest du was trinken, Liebling? Bist spät dran. Nee, wieso? Es ist doch erst... Ach, ich dachte, es sei schon viel früher. Früher war alles viel später. Nee, nee, das ist schon in Ordnung. Völliger Schwachsinn. Und da hat er sich über mich amassiert, weil ich musste eine Szene immer wiederholen, wo ich das Glas... Und ich konnte vor Lachen eigentlich nicht. Und da sagt er Dieter zu allen, das ist so. Der ist ein Kriegskind, der kann nichts wegschütten. Wenn du jetzt schon mal bei uns bist, dann kannst du sicher noch ein Kölsch mit uns trinken. Nein, lieber nicht. Wie spät ist es denn? Viertel vor fünf nach sieben. Viertel vor viertel vor fünf. Ich glaube, meine Uhr steht. Also, bis dann. Jetzt ziehe ich aber endgültig ab. Tschüss dann. Das war wirklich sehr schön. Und da habe ich auch gemerkt, der Dieter hätte ja mit jedem arbeiten können. Also ich bin nicht der größte Komiker, den man auf den Markt kriegt. Aber Dieter hat gerne mit einer Familie gearbeitet. Hat er überhaupt schon mal gesagt, was er beruflich machen will? Ja, ich glaube, er will 18 werden. Jedenfalls sammelt er jetzt schon alle alten Illustrierten für das Wartezimmer. Hallo, Mami, hallo Papi. Hi, Eddie. Hi. Du, Mami, kannst du mir bitte nochmal über mein Held bügeln? Na klar, mein Gott, zwar. Danke, Mami. Der Mose ist aber auch verknittert. Ne, danke. Das wäre jetzt übertrieben. Tja, das erste Rang, Deboe. Ja, daran kann ich mich noch genau erinnern. Ja, wirklich, ist ja toll. Ich habe da nämlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie weit darf man beim ersten Mal gehen? Höchstens 20 Kilometer. Wenn du weitergehst, macht das Mädchen sich falsche Hoffnungen. Danke für den Tipp. Jetzt muss ich aber gehen. Ich möchte nicht gleich beim ersten Mal zu früh kommen. Wenn die geile Frieda Glieder sieht. Im Herbst nehme ich an, werde ich wohl auf Tour gehen, ja. Mit Musik und auf der Bühne und richtig volles Programm. Die Show heißt Dieter Krebs und ungebetene Gäste und naja, das sind sie halt. Ich kenne Männer, die stehen fünf Minuten an der Bushaltestelle und haben in der Zeit vier Frauen kennengelernt. Wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dann hält noch nicht mal der Bus. Ich kenne einen, der reist damit rum, der lebt davon, ja. Der war schon bei Bärbel Schäfer mit, mein Mundgeruch hat mich einsam gemacht, ja. Dann war er anschließend bei Bärbel am Nachmittag mit Hilfe, mein Friseur hat Neurodermitis oder so. Und zum Schluss war er schon bei Ilona Christen mit, ich muss immer auf der nassen Stelle schlafen. Dann kam noch die Figur der Mutter dazu und die Figur des Herrn Dr. Frost. Also das heißt, er hatte auf einmal den Grundstock gefunden, um auf die Bühne zu gehen. Und das natürlich live, ohne Playback und ohne alles. Mein Name ist Dr. Dr. Friedrich Wilhelm Frost, ich bin hier der Hallenarzt. Ich suche meinen Sohn. Ich bin Hildegard Paschewski, Krebs, die Mutter. Und ich muss sagen, also ich kann ihn dann nur bewundern, wie er die erste Hälfte der Tour durchgestanden hat. Also es war einfach sensationell. Und wenn man dann das Publikum gesehen hat, ich habe immer im Stählen gedacht, wenn die wüssten, wenn die wüssten. Dann war der Vollmond und dann war das los. Die da der Bühne da ran, da lädt dieser Glatzkopf und hier habe ich jetzt eine Notfallmeldung. Reihe 7, Platz 4. Kommen Sie ruhig in den... Ähm, Sie sind ohnmächtig? Nein, das ist aber jetzt eigentlich, das steht hier nämlich. Wenn Sie sich da mal freimachen würden da unten, legen Sie da die Sachen schön auf den Stuhl und kommen Sie hier hoch, dann könnte ich Sie kurz untersuchen. Und hat die zweite sogar noch geplant, die Nachfolgeschow nach der ersten. In Hamburg im St. Pauli Theater war die letzte Show. Ist nach Hause gekommen und hat sich dann eigentlich, ähm, hat alles abgesetzt, was man so nehmen konnte. Und, ja, hat dann drei Tage eigentlich, hat sich so ein bisschen zurückgezogen, hat irgendwann zu mir gesagt, du, ich spüre mich gar nicht mehr und ich habe irgendwie meine Mitte verloren. Und drei Tage später war er eingeschlafen. Gestern war ich beim Arzt. Und, was hat er gesagt? 30 Mark. Nein, ich meine, was Sie hatten. 20 Mark. Sie verstehen mich nicht. Ich möchte wissen, was Ihnen fehlte. 10 Mark. Dieser Park, in dem mein Pferd so scheute. Moin. Ja, guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte gerne eine Annonce aufgeben. Ja, selbstverständlich. Ich, ich notiere gleich mal mit. Was soll das denn für eine Annonce sein? Ja, ich suche eine Frau. Ah, eine Heiratsanzeige, also. Und wie ist Ihr Wortlaut? Ja, ein verwitwerte Hofbesitzer wünscht wieder Heirat mit Frau. Am liebsten mit Drecke. Am liebsten mit Drecke. So, das habe ich. Hätten Sie auch gern Bild? Aber ist das möglich? Ja, natürlich. Er bieten wird ein Bild von der Dame. Na, nicht von der Dame. Von der Dame. Von den Drecke. Er hatte ja eine ungeheure Fähigkeit, in die unterschiedlichen Dialekte zu gehen. Das ist ja phänomenal. Das ist ja ganz einfach. Darf ich mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bitteschön. Ach, könnte ich doch, wie ich wollte. Was wollen uns diese sieben Worte sagen? Da ist ein Mann. So viel haben wir erfahren. Aber was kann er denn? Und was will er denn? Und was wäre, wenn er das, was er nicht kann, doch könnte? Und erst will er ja nicht ran, so richtig. Und dann sage ich, komm, gut dran, sei kein Frosch. Und dann lächst du aber los. Ich komme aus Hamburg. Ich habe da ein paar Läden. Wollen wir ein bisschen die Lage abchecken. Vielleicht mache ich hier auch einen auf. Fantasiere, kostet nichts. Ja, dann sind Sie ja wohl diese ausgesprochen attraktive, rassige Carmen. 33 Jahre alt. Sehr elegante Erscheinung. Temperamentvoll, sportlich, mehrsprachig, zärtlich, sinnlich, anspruchsam. Mit Hang zum Luxus. Reiten, Fliegen und Golf. Jedes Jahr gibt es bei uns einmal einen riesen Zoffer in der Bode. Mann, oh Mann, ist das schön. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als schlecht gemachte Dialekte. Und das hat er irgendwie genau wie alles andere einfach sehr genau beobachtet. Grüß dich. Grüß dich. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich hier was bei Ihnen singen darf. Und was ist mit dem Kochen? Da macht ihr keinen Gedanken mehr. Wir können ja was vom Griechen kommen lassen. Hans, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht? Das Oberlandesgericht. Es muss schmecken. Ich glaube, mit Hessisch hat er, glaube ich, meine Mama unsere Mutter zu Weißglut gebracht, weil sie überhaupt nicht drauf klar kann. Und hat er sich irgendwie mit auf Hessisch immer geärgert. So, das weiß ich noch. Und es muss schmecken. Schwenkt man die Hosen in Petrol. So, das konnte ich so. Mein Lieblings-Sketchchen habe ich, wie ich jetzt festgestellt habe, teile ich den mit extrem vielen Leuten, ist eigentlich der, wo auch Iris Berben einfach so unglaublich hässlich zurechtgemacht wurde. Dieter und ich sitzen im Wohnzimmer. Es ist das typische, entsetzlich spießige deutsche Wohnzimmer schlechthin. Wo er, glaube ich, einen ziemlichen Beamten spielt. So sieht er jedenfalls aus. Also ziemlich dröge. Morgens liest Zeitung, irgendwie beim Frühstück. Und seine Frau, Iris Berben, die so scheiße aussah, sagt zu ihm... Als ich aus dem Fenster sah, graute der Morgen. Dem Morgen. Ich liebe zum Beispiel auch die Fahrstunde mit Iris und Dieter, weil es ist so bescheuert. Sag mal, was trampelst du denn da dauernd auf den Macaroni rum? Wieso? Ich denke, das ist das Gas. Der Stiefel ist das Gas. Die Macaroni sind die Bremse und das Telefon ist die Kupplung, klar? So. Schön langsam den Fuß von der Kupplung. Ja, 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 ja. Siehst du? Okay, doch. Geht doch, ja. Ja, und dann nicht so weit links. Da ist nämlich der Gegenverkehr, nicht? Ja. Da vorne ist ein Zebrastreifen. Bist du bescheuert, so in die Eisen zu steigen, Mann? Wenn uns da einer hinten draufgeknallt wär. Die Gardinenstange ist mit einer der schönsten Sketche. Wir schauen. Guten Tag. Was darf es sein? Ich hätte gerne eine Gardinenstange. Wie lang? Also circa 80 Zentimeter ungefähr. Ja, circa nützt mir nichts, ne? Muss schon die genauen Maß haben. Sie suchen also praktisch eine Gardinenstange, die circa 80 Zentimeter lang ist. Sehe ich das richtig so? Ja, genau. Haben wir nicht. Wenn es aber schade, dann muss ich probieren. Ich kann Ihnen da einen Tipp geben. Nehmen Sie eine 70er, dann können Sie ein 18er Verlängerungsrohr dranflanschen. Oder eine 90er absägen und mit einer genaumten Endstelle bündig verschließen. Das geht auf. Was haben Sie für ein Bohrfutter? Ich hätte gerne eine Gardinenstange. Das Brunvaladium brauchen Sie gar nicht anzufangen. Fällt Ihnen der ganze Rotz runter. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Also, wie wollen wir die Stange festmachen? Über die Fenster in unserem Kinderzimmer. Beton oder Ziegel? Bitte. Beton oder Ziegel? John und Gisela. Bitte? John und Gisela im Kinderzimmer von John und Gisela. Gisela wird bald sieben. Schön. Schön, ja. Also, und, äh, wie wollen wir das nun machen? Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich am besten meine Frau zu Hause fragen. Ja, dann würden Sie doch wohl noch selber entscheiden können. Oder sind Sie handwerklich nicht so begabt? Doch, eigentlich schon. Das ist wahr. Also. Sie bohren da ein 6er Loch, eine Handbreit, neben dem linken Rahmen und drehen einen 8er Dübel bündig in den abgewinkelten Flatsch. Ach so. Und danach verbinden Sie das Ganze mit der Muffe vom angerauten Verlängerungsstück und drücken den Sporn in die vorgesehene Nut. Und dann kann ich die Kartine aufhängen? Für sicher. Sie müssen noch aufpassen, dass Sie sich die Holzzarge mit dem Vierkantschlüssel festklemmen, sonst rutscht Ihnen die Zwinge vom Verlängerungsrohr auf den Flansch. Und beim Abbrücken bringen Sie dann die Mutter auf die Narbe und winkeln die linksbündig in die Befestigungsbrille der werkseitig angerüffelten Verlängerungsnot. Was soll ich Ihnen denn jetzt bringen? Die 70er mit Muffe oder die genormte 90er zum Abbringung mit eingepasster Mutter und bündig abschließender Verlängerungsstück. Ja, ich glaube, ich hätte dann doch lieber eine Tube Alleskleber. Wenn man abends ins Bett geht, machst du die Glotze an und dann ist er da. Ich freue mich immer. Es ist ganz schön, ab und zu mal die Stimme wiederzuhören. Das macht es dann doch etwas erträglich. Ja, das stimmt. Tja, das war es dann ja wohl. War eine schöne Zeit mit euch. Aber ich muss jetzt nach Hause. Mein Altbier brennt an. Matiote. Und Sie meinen, ich soll mehr Feuer in meine Gedichte legen? Nein, nein, eher umgekehrt. Mehr, mehr Gedichte ins Feuer. Nichts KATAR! ных 24 24 25 21 23 25 26 23 28 29 аго 21 30 23 29 21 21 22 Vielen Dank.